So, Tropenpalmen. Reservezündschnur, ne. Ne, das wollen wir nicht. Reservezündschnur? Die ist oben. So, das Finale für 18 Uhr quasi jetzt. Genial. Genital. So, dann gehen wir mal gucken, dass wir die ein bisschen sichern. Wobei so ein fetter Kasten eigentlich ist nicht. Hier, Gold-Blue. Die lese ich oben mal weg. Sicher nicht. Ja, stellen wir die einfach hier zwischen da. Wird nichts passieren. Nehme ich mal an. Können aber auch ein Stück weiter eigentlich noch weg gehen. Weil ist eh besser, wenn die beiden weg sind. So. Andere noch. Läufts Video? Jo. Alles klar. Tim, wo bist du? Hier hinten. Top. Alles klar. Truppenpalmen Funke. Wow. 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 Das war geil. Sehr geil. Das war geil. Das war geil.